Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Heute spielen wir Roblox Nanny, was das Spiel ist, wo wir unserer Nanny entkommen müssen. Es ist quasi sowas wie Piggy, nur quasi als Nanny, wie die Person da hinten. Für Real Roblox, vergesst nicht den Daumen nach oben da zu lassen und unten kostenlos zu abonnieren, um nichts dazu verpassen. Falls du das nächste Mal Roblox einkaufen solltest, kannst du meinen Creator-Code Nanny eingeben. Dadurch bekomme ich 5% des Kaufs ab. Also danke für deine Unterstützung und viel Spaß mit dem Video. Okay, lass uns reingehen, Leute, und lass uns spielen. Und, oh, wir sind schon im Spiel, okay. Das ging aber sehr schnell. Okay, warte mal, wir können... Oh mein Gott. Also, es gibt anscheinend verschiedene Nannys und wir sind ein Baby, was lacht. Ich weiß nicht, ob ich auch lachen würde, aber, oh, das ist echt schnell. Wir können schreien. Ach, du Scheiße. Okay, wieso schreien wir denn jetzt? Das ist ja nicht normal. Okay, warte mal, wir können hier reingehen. Oh, hier ist ein Schlüssel, ein Blauer. Also, wir müssen hier entkommen. Das ist gestört. Oh, da ist der Killer. Oh, nein. Warte mal, können wir... Er kommt hier rein, oder? Er sieht mich doch. Oh, er ist Ballaballa. Er läuft jetzt da lang. Oh, warte, wir können hier durchgehen. Okay, verstehe. Okay, jetzt geht er weg. Wir gehen da jetzt auch mal lang. Wir müssen gucken, wofür der blaue Schlüssel jetzt ist. Das ist das erste Mal, dass ich gerade spiele. Davor habe ich noch nie gespielt, deswegen... Verzeih mir, dass ich nicht wirklich eine Ahnung habe, was ich hier da tue. Okay, warte, hier ist ein Frauenklo. Oh mein Gott, wir gehen da rein. Als Baby, die Frauen werden mich schon nicht schlagen, oder? Ich meine, die... Für die wird es okay sein. Ich bin ja nur ein Baby. Obwohl, manche Babys machen auch so halt, wo man sich so denkt, wow. Oh, nein, er hat ein Kind erwischt. Scheiße. Oh nein, jetzt jagt er mich. Vor allem, man ist hier echt schnell. Und wir haben kaum Zeit mehr. Scheiße, das ist nicht gut. Und, oh mein Gott, hier alle Schächte... Oh, da haben wir einen. Ja, nice. Batterie. Jetzt müssen wir herausfinden, wozu die Batterie ist. Und anscheinend kann die sogar jeder nehmen, so wie es aussieht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Eine Crowbar. Warte, kann ich... Ja, jetzt habe ich hier zwei Gegenstände. Einmal Batterie, einmal Crowbar. Ja, gut, wie werde ich mir das merken, wo das war, aber... Anscheinend werde ich mir das gar nicht merken. Wir müssen jetzt mal herausfinden, wozu die beiden Sachen sind. Also, hier ist der Exit. Crowbar. Yes. Mainkey. Nur noch Mainkey, da haben wir es. Und ich weiß nicht, wo die anderen Spieler sind, aber... Die scheinen gerade nicht da zu sein. Okay, jetzt haben wir Crowbar benutzt. Das heißt, wir können einfach mal jetzt die Batterie nehmen. So, Batteries. Hier nehmen wir mal. Okay, wo ist aber der Killer jetzt hin? Das ist meine Frage. Okay, ich glaube, das ist super schnell hier. Oh, Batterie kommt hier hin. Oh mein Gott, wir haben es sogar gefunden. Wow. Laber nicht. Und jetzt können wir das hier zerstören. Okay. Und jetzt können wir reingehen. Und da ist der Hauptschlüssel. Ernsthaft? Okay, es wird ein bisschen sprachlos, dass wir den jetzt schon gefunden haben. Ich meine, das sieht ganz anders aus, ne? Zieh uns mal rein. Wir sind draußen. Ich war der Einzige, der entkommen ist, obwohl ich das erste Mal gespielt habe. Wow. Und die Flasche auf meinem Rücken ist die größte Nuggenflasche ever. Oh, Hero Pack. Ja, das ist natürlich irgendwie geil, ne? Ich werde es aber nicht machen. Scheiß drauf. Aber hier gibt es Skins. Baby. Wir können ja auch Nanny werden. Wow. Viele Skins gibt es hier bitte. Spider-Man, Naruto können wir werden. Okay, das ist schon irgendwie episch. Und bei der Nanny gibt es auch verschiedene Skins. Oh mein Gott. Das ist gruselig. So, es beginnt jetzt auch das nächste Spiel. Und wir sind dort. Okay. Erscheinend gibt es nur eine Map, so wie es aussieht. Aber davor haben wir es ja gemacht, ohne dass ich das überall so... Ich habe es das erste Mal gespielt. Und ich habe nicht alles komplett gemacht. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt normal spielen von vorne. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass viele meiner Freunde da auch mithelfen werden. Warte, haben wir hier irgendwas gefunden? Uranium. Wow. Okay, tatsächlich haben wir hier was gefunden. Das ist gut. Aber wozu brauchen wir Uranium, bitte? Oh nein. Wo ist der Killer? Ja, da ist er. Er hat eine Babyflasche. Er würde uns damit anlocken. Aber nicht mit uns, meine Freunde. Nicht mit mir, meine ich. Alter, was für eine riesige Gegend ist das bitte? Wir brauchen mal Schrein, einfach so Spaß. Oh mein Gott. Blue Card Key, okay. Okay, das ist mir deutlich zu laut, gerade mein Kopf. Red Card Key brauchen wir hierfür. Okay, aber wir müssen herausfinden, wozu Uranium ist. Vielleicht hier irgendwo? Hier brauchen wir Crober und irgendeine Karte. Uranium ist aber nicht für hier, leider. Ich gehe mal hier durch, durch den Schach. Oh, wir sind genau wieder an der SEM stellen da, super. Das ist eine gute Frage. Tja, was sollen wir tun? Warte, wir können hier nochmal nach Sektor B, nach rechts gehen. Aber leider... Oder geht die Tür... Ja, die Tür geht auf. Sehr schön. Key Card haben wir hier. Jetzt haben wir die Key Card genommen, anstatt das Uranium. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht genau. Es ist eine blaue. Oh, das Uranium. Ich glaube es gerade nicht. Ernsthaft? Ich habe das Uranium gerade weggelegt und dann passiert sowas. Oh, da ist der Killer. Kacke. Okay, ich muss nochmal das Uranium jetzt wiederholen. Oh nein, da komme ich nicht rein. Okay, wo war nochmal das Uranium? Verdammt. Ich glaube, es war da hinten rechts, ne? Oh, das ist gar nicht gut. Ich hoffe, der ist nicht da als ich. Okay, wir haben nicht mehr die allergrößte Zeit und er jagt mich jetzt, was gar nicht gut ist. So, wir haben jetzt das Uranium. Er hat die Tür geschlossen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir raus, laufen, laufen. Nein, nein. Ich wurde erwischt. Die eine Tür hat mich versperrt. Ich glaube es gerade nicht. Ah, okay. Das könnte trickier werden, als gedacht. Und die erste Map ist irgendwie anders als die zweite. Ganz komisch. Man kann sogar seine eigene Babyflaschen wechseln. Was zum Teufel? Ein dunkler Teddybär kann man sogar bekommen, wenn man will. Ja gut, also ich dachte, ich dachte also am Anfang so, ich dachte eigentlich gar nichts. Aber das ist schon cool, weil sie jetzt auf dem Rücken ist. Okay, vielleicht habe ich den Glück und werde diesmal der Killer. Er hätte auch was, theoretisch muss ich sagen. Ah, es gibt jedoch vier Maps. Wow. Und sogar im, warte, fünf gibt es sogar Pro, gibt es sogar im Labor. Okay, in zehn Sekunden geht es auch wieder los. Okay, jetzt wird ausgewählt, was von der Map kommt. Das Klang auskommt. Okay, waren wir da nicht schon? Ich glaube nämlich schon. Ist aber in Ordnung. Oh mein Gott. Ja gut, das nehme ich auch natürlich in Kauf. Ich bin jetzt einfach der Killer. Ja gut, das ist natürlich gerade irgendwie geil, oder? Okay, ja gut, ich werde die alle töten, also keine Frage. Alter, wieso bin ich so gruselig gerade? Okay, die sind wahrscheinlich hier nicht. Gehen wir davon aus, sie werden... Oh, hier ist... Ja, dort seien alle. Oh, hi. So, wir sind... Oh, wenn man schreit, dann passiert das. Wow, das wusste ich nicht. Okay, haben wir ihn? Okay, wir haben ihn, ja. Also, wenn man schreit, dann verwirrt er uns. Was? Er braucht Kaffee, um wach zu werden. Oh, da ist ein Kind. Ich habe ein Kind gefunden, das war genau hier. Oh mein Gott, ist das schnell. Bottle, hier habe ich eine Flasche für dich. Und eine Falle, kann ich auch platzieren. Okay, kann ich ihn... Oh nein. Komm, wir werden die bekommen, oder? Nein, Alter, ist der hartnäckig. Jetzt bleibt er da die ganze Zeit. Willst du mich verarschen? Ich verstecke mich mal hier. Mal gucken, ob er drauf reinfällt. Ist das der Einzige, der noch lebt? Ich glaube, ja. Oh, er ist in meine Falle getreten. Es ist ein Scherz, komm schon. Wir haben ihn, sehr schön. Okay, anscheinend leben noch ein paar Leute, so wie es aussieht. Uh, hier waren wir noch nicht. Lass mal sehen, ob wir hier irgendwas finden. Hm, hier ist anscheinend niemand. Sehr, sehr schade. Tja, das Leben als Killer ist nicht so einfach, aber wir haben es noch geschafft. Und wir sind jetzt selbst zum Baby geworden zum Schluss. Habt ihr das gesehen? Uh, ich habe jetzt ein bisschen Geld bekommen. Vielleicht kann ich mir sogar was kaufen. Ja, zum Spiel, dieses Baby kostet auch. Oh, Pink, cool. Oh, ich wollte mir die hier holen, aber mir fehlen noch 5 Dollar leider. Okay, mal schauen, vielleicht bekommen wir diesmal eine andere Map, die ein bisschen... Oh, Space Station. Das ist sogar eine ganz harte Map. Nicht die schwerste, weil es nicht Pro ist, aber hart auf jeden Fall. Oh, okay. Jetzt sind wir bei Space Station. Und wir können einfach schreien. Das ist krass, gut zu wissen. Hier kommt eine Batterie rein. Wir wollen erstmal Gegenstände finden. Alter, wir sind einfach im Universum. Wie gestört ist das denn bitte? Und da kommen wir leider nicht rein. Gut, im schlimmsten Fall, wenn wir einfach schreien, dann wird er uns wahrscheinlich nicht töten. Hoffentlich klappt das auch. Oh, nein. Probieren wir es mal. Ja, okay. Irgendwie hat es dann doch funktioniert, würde ich sagen, aber... Wir können nicht dauerhaft schreien, leider. Nur einmal? Gehen wir mal zu 3 rein. Wir brauchen erstmal irgendwelche Gegenstände, aber hier gibt es so viele Türen, ne? Ich komme mir gar nicht klar, weil es hier so viel gibt. Keycard. Das ist eine gute. Wir haben eine normale Keycard. Ist komisch. Ja gut, jetzt mal rausfinden, wo sie reinpasst. Ernsthaft? Okay, wie soll ich das bitte rausfinden? Main Keycard. Das ist aber nicht Main Keycard wahrscheinlich. Oh, wir können nur einmal schreien. Ja, okay. Und da ist der Ausgang. Gehen wir mal zu 1 rein. Need Keycard. Haben wir. Ja, wir haben eine. Und hier haben wir die Batterie. Okay, immerhin. Das ist nicht schlecht. Okay, dann rennen wir erstmal wieder zurück. Und die Batterie kam hier rein. Genau. Sehr schön. Jetzt können wir das hier anmachen. Und das führt wohin? Oh, warte. Ich glaube, wir können jetzt die Tür hier öffnen. Ja. Wir können die Tür öffnen. Jetzt haben wir Main Key. Was? Oh, aber ich habe meinen Schrei geopfert. Was bedeutet, wir werden da nicht langkommen? Er weiß... Ich darf ihm die Main Keycard nicht zeigen. Er darf nicht sehen, was ich habe. Wenn er das sieht, haben wir ein Problem. Okay, beeil dich. Lauf. Oh, nein. Wir haben noch Krober brauchen wir. Eine Sache brauchen wir noch, Leute. Okay, wo ist der Typ aber gerade? Oh. Wir brauchen nur noch die Brechzange. Da haben wir es auch schon. Ich nehme mal vor, ich habe mal die Batterie mal mit. Man weiß ja nie. Vielleicht kann man sie irgendwie gebrauchen. Und ich glaube, ich bin der Einzige, der noch lebt tatsächlich. Was nicht so gut ist. Okay, lass mal nachsehen. Finden wir hier irgendwo... Ach, er chillt dann, ne? Wir schauen aber bei 2 rein. Wo könnten wir hier eine Krober finden? Das ist die Frage. Eine Brechzange. Warte, hier war... Oh, wir haben sie gefunden. Wir haben es dann geschafft. Außer wir werden jetzt erwischt. Wenn wir jetzt erwischt werden, dann haben wir es nicht geschafft. Ja, er weiß, wann ich jetzt hier bin. Lass mal sehen, wir entkommen jetzt. Wow. Zieh uns mal rein. Wir sind einfach mal entkommen. Oh, krass. Aber gut, Leute, das war es dann für das Video. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es dir gefallen hat. Abonnieren, kostenlos, unentgeaktiviert, locker vertreten, abonniert. Das war nicht, ich sehe dich hier im nächsten Video wieder. Bye. Bye. Babei, ciao. signature mots 8 9 10 30 17 19 Untertitelung des ZDF, 2020